Jeder, der eine Versandapotheke betreibt und nicht beim Kongress war, der hat was verpasst, schlicht und ergreifend. Und ich glaube auch alle Teilnehmer, die schon mal da waren, sind auch wieder da. Ich denke, das spricht für den Kongress und ich lade, wie gesagt, herzlich alle Kollegen und natürlich auch alle anderen Interessierten zu diesem Kongress ein. Dieses Jahr in Berlin, wie immer.